Hallo und herzlich willkommen bei Aktien Buddies. In diesem Video möchte ich gerne auf China-Aktien eingehen, beziehungsweise genauer gesagt auf die vier Argumente, die wir öfters gebracht haben, weswegen gerade die China-Aktien und vor allen Dingen gerade die Tech-Aktien unter Druck sind. Ich möchte mir jetzt die Argumente einmal also genauer angucken als das, was ich sonst immer dazu gesagt habe und dann einmal darauf eingehen, ob das eher was längerfristiges oder eventuell eher was kurzfristiges ist und wenn das was kurzfristiges ist, wann ich denke, wann ein Ausbruch kommt. Das ist jetzt Teil 1 von 2. Im anderen Teil werden wir uns dann ein paar chinesische Unternehmen im Chart angucken. Das heißt also, dort werden wir dann jeweils die Unternehmer im Chart angucken, gucken, wo die dann eventuell ausbrechen werden und wie das Ganze dann aussieht. Dort werden wir uns dann nochmal genauer auch um den CSI 300 und auch den Hang Seng kümmern. Den werden wir euch gleich einmal einblenden, damit ihr seht, auf welchen Ausbruch ich hinaus möchte. Fangen wir jetzt aber mal an erstmal mit den Argumenten. Und zwar haben wir, wie gesagt, vier Argumente gebracht, weswegen die China-Aktien gerade unter Druck sind. Ich fange jetzt mal mit dem ersten Argument an. Und zwar geht es darum, dass viele Anlieger Angst haben, dass die chinesischen Aktien verbannt werden von der US-Börse. Da muss man jetzt aber ein paar Punkte einfach beachten und einfach dazu sagen. Punkt 1 natürlich, das ist nicht von heute auf morgen. Da sprechen wir jetzt von ungefähr drei Jahren. Also die SEC, die amerikanische Aufsichtsbehörde, möchte gerne die Daten aus China haben, beziehungsweise genauer gesagt von Unternehmen aus China. Das heißt, sie möchten gerne genauer in die Bilanzen reingucken. Natürlich mit dem Argument, sie möchten nicht, dass ihre Investoren, also die amerikanischen Investoren dann in dem Fall, da irgendwie veräppelt werden, um das mal so zu sagen, sondern sie möchten, dass das 100% genauso stimmt, wie das in den Bilanzen steht. Und da möchten sie dann gerne durchgreifen, wenn ein Unternehmen das nicht möchte, beziehungsweise wenn ein Unternehmen das nicht kann, was dann in dem Fall wahrscheinlich die chinesische Regierung blockieren würde, dann würden sie es gerne nach drei Jahren von der US-Börse dealisten. Das heißt also, man kann das Unternehmen dann nicht mehr an der US-amerikanischen Börse kaufen. Was man jetzt aber dazu sagen muss, Punkt 1 natürlich, es kam oft so das Argument, das ist jetzt so ein ganz, ganz großer Knaller und das ist jetzt sofort. Da muss man sagen, nein, es ist nicht sofort. Es geht darum, dass das über die nächsten Jahre hinweg passiert. Das heißt also, wir haben erstmal natürlich eine Vorbereitungszeit, bevor das Ganze überhaupt durchgeht. Wir haben natürlich dann auch noch eine Zeit, die das Unternehmen hat, um diese Bilanzen dann vorzulegen. Das heißt also, wir haben da generell eine große Knautschzone, um das mal so zu sagen. Und deswegen ist das jetzt nicht ein direktes Problem, was von heute auf morgen kommt. Jetzt mal zu meiner Ansicht dazu. Wir haben natürlich einfach das Problem, dass die Amerikaner den Handelskrieg im Prinzip ernst meinen. Wir dürfen aber nicht vergessen, wir haben da nicht Timbuktu als Gegner, sondern wir haben da China als Gegner. Und auch China hat natürlich ihre wirtschaftliche Macht und auch China hat ihr wirtschaftliches Durchsetzungsvermögen. Und genau das werden sie sicherlich einsetzen. Die werden sicherlich nicht sagen, ja gut, dann ist das halt so, dann werden alle von unseren Unternehmen dort gelistet. Ist uns auch eigentlich egal. Sondern die werden sicherlich auch hingehen und sagen, gut, dann wird es hier auch andere Konsequenzen geben. Und genau deswegen denke ich, das Ganze wird gar nicht so durchgehen. Selbst wenn das erstmal beschlossen wird, ist die Frage, ob die Chinesen sich das überhaupt gefallen lassen. Und das denke ich nicht. Das heißt also, für mich spricht da jetzt gar nicht so viel dafür, dass sowas passiert. Und selbst wenn es passiert, denke ich nicht, dass das final durchgesetzt wird. Ganz einfach, weil wir auch gerade sehen, die Chinesen werden auch immer aggressiver gegenüber den Amerikanern. Und die werden irgendwann diese Notbremse ziehen und dann eventuell sagen, so weit geht es und weiter nicht. Und dann wird man sehen, ob die Amerikaner darauf so gut reagieren können, beziehungsweise ob sie sowas dann nicht zum Beispiel zurücknehmen. Da muss man jetzt natürlich auch nochmal dazu sagen, ganz aktuelle News. Ich weiß, das Video kommt jetzt wahrscheinlich einen Tag später. Nichtsdestotrotz, Xiaomi wurde von der Aufnahme aus heute gerade von dem D-Listing befreit, um das mal so zu sagen. Sie sind nicht mehr auf der Blacklist. Das heißt also, Xiaomi ist nicht mehr auf der Blacklist der Amerikaner. Sprich, Investoren aus Amerika dürfen in Xiaomi investieren. Beziehungsweise man muss dazu sagen, das Ganze war schon seit längerer Zeit klar, weil ein Richter das Ganze erstmal für ungültig erklärt hat. Aber, ganz großes Aber, das Ganze war nur vorübergehend. Jetzt wurde es aber final entschieden. Das heißt also, man ist dem da so ein bisschen, ich sag mal, entgegengekommen. Das war im Übrigen keine gerichtliche Verhandlung mehr, sondern man hat sich dort, ich sag mal, unter der Hand geeinigt. Bis zum 20. Mai kommt übrigens dann dementsprechend auch ein Statement dazu. Worauf ich dabei jetzt aber hinaus will, ist, dass man sich offensichtlich auch kooperativ zeigt. Ich weiß jetzt nicht, woran es ganz genau gelegen hat. Wie gesagt, das Statement ist auch noch nicht da. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass das jetzt natürlich auch in nächster Zeit etwas Druck von den chinesischen Werten nimmt, weil auch die Angst vor diesem Dealisten jetzt vielleicht etwas kleiner wird, weil man gesehen hat, okay, auch unter der Regierung von Biden wird sowas dann eventuell mal zurückgenommen, weil es halt in diesem Fall von Xiaomi zum Beispiel so war. Das heißt also, das Argument ist natürlich stark. Nichtsdestotrotz gibt es dort auch sehr, sehr starke Gegenargumente. Kommen wir mal zum Argument Nummer zwei. Und zwar die Regulierung in China, die setzen dem Ganzen ziemlich zu, vor allen Dingen den Tech-Unternehmen. Und dazu muss man sagen, ja, ist korrekt, aber wir haben da auch schon mal ein Video zu gemacht, beziehungsweise ich habe da schon mal ein Video zu gemacht, warum ich denke, dass diese Strafen, diese Regulierung jetzt auch ein bisschen zu hoch gesetzt wird. Denn man muss einfach sagen, China setzt diese Unternehmen unter Druck und will die mehr regulieren. Aber die Frage ist dabei immer, wie weit wollen sie die regulieren und wie weit werden sie diese Unternehmen unter Druck setzen? Kann jetzt natürlich einmal davon ausgehen, dass die chinesische Regierung die komplett an die Wand fahren wird, ja, mit Strafen, die sich gewaschen haben, die sie nicht zahlen können, wo sie Schulden für aufnehmen müssen und dann sind sie pleite. Kann man machen, muss man nicht. Ich persönlich tue es nicht, weil ich den Sinn dann dahinter nicht wirklich verstehen würde. Das Ganze, was wir jetzt auch sehen, ist, dass die Regierung Strafen verteilt. Die sind relativ empfindlich, das tut eventuell weh, 2,3 Milliarden Euro waren es bei Alibaba. Ja, das tut weh, nein, es ist nicht existenzgefährdend. Und genau das ist der Punkt, den ich da auch gegen habe. Ja, es gibt Strafen, nein, die sind nicht existenzgefährdend. Und ich denke, das wird auch weiterhin so bleiben. Die chinesische Regierung will gehorsam. Und das werden sie von diesen Unternehmen früher oder später bekommen, selbst wenn man sich jetzt dagegen ein bisschen durchsetzt, wie zum Beispiel Jack Ma und mal regierungsfeindlichere Sachen sagt, oder ich sage mal Sachen, die die Regierung jetzt nicht als angemessen findet, muss man dazu sagen, diese Strafen, die man bekommen wird, die werden das Unternehmen nicht kaputt machen. Das ist überhaupt nicht die Idee der chinesischen Regierung. Die wollen gehorsam. Und die Unternehmen sind auch nicht doof. Die sind ja nicht einfach so entstanden. Die sind ja nicht einfach da, weil sie da sind, sondern die sind da, weil sie strategisch vorgegangen sind. Die sind da, weil sie intelligent vorgegangen sind. Und weil sie von der chinesischen Regierung unterstützt wurden. Warum sollte ich jetzt was kaputt machen, was ohne mich gar nicht da gewesen wäre? Und der Punkt da dran ist einfach, für mich zumindest persönlich, sie werden sie regulieren. Sie werden sie auch unter Druck setzen. Aber ein Unternehmen wird nicht so blöd sein und das Ganze immer wieder ausnutzen. Ja, es wird vielleicht noch Unternehmensstrafen geben. Vielleicht nochmal eine Tencent, vielleicht nochmal eine Alibaba. Es gab übrigens letztens erst wieder welche in Plattformen, in die sie investiert hatten. Das waren lächerliche 400.000 US-Dollar Strafe. Was soll ich dazu jetzt sagen? Letztendlich ist es aber so, auch das war jetzt nicht das große Problem. Und das wird es weiterhin geben. Aber diese Unternehmen sind auch nicht blöd. Die werden auch sehen, okay, was kann ich mir erlauben? Was ist wichtig für mich, dass ich es einfach mache? Und die werden sich ihre Chancen auch ausrechnen. Wenn sie sagen werden, dafür ist die Strafe größer als das, was ich an Revenue dafür bekomme, dann werden die das nicht machen. Wofür auch? Die sind ja nicht blöd. Wie gesagt, die sind nicht einfach so aus dem Boden entstanden, sondern die haben ja ihren Grund. Die haben ihre Berechtigung, warum sie so groß sind. Und genau deswegen werden sie da auch vorsichtiger sein. Zudem, dass man einfach sagen muss, die chinesische Regierung, selbst wenn sie dieses Unternehmen zerschlagen oder mehrere Teile aufteilen, ist die Frage, ob das Ganze wirklich so negativ für die Aktionäre sein wird oder halt nicht. Sollten wir so eine Zerschlagung sehen, heißt das nicht direkt, dass das Unternehmen komplett an die Wand gefahren wird und jetzt überhaupt nicht mehr handlungsfähig ist, sondern wir haben dann auch eventuell als Aktionäre Vorteile. Zudem, mein allerletztes Argument dazu ist natürlich einfach schlichtweg, die chinesische Regierung hat gar nicht den Grund dafür, diese Unternehmen kaputt zu machen. Sie wollen sie halt so in ihre Fittiche ziehen, dass sie genau das machen, was die chinesische Regierung will. Und da muss man auch so ein bisschen dazu sagen, ja man kann jetzt gegen argumentieren und sagen, für Aktionäre ist das nicht schön, dass die chinesische Regierung dort eingreift. Aber seien wir jetzt mal ehrlich, wenn die chinesische Regierung dort eingreift, wenn die was machen, dann ist die Frage mal, wie vorteilhaft oder wie unvorteilhaft ist das für die Aktionäre. Und wenn die chinesische Regierung weiter natürlich dieses Wachstum dieser Unternehmen möchte, dann werden sie nichts machen, was das Wachstum komplett auffällt, sondern sie werden das Ganze in einem Rahmen halten. Deswegen mache ich mir in diesem Bereich einfach weniger Sorgen, weil ich einfach persönlich denke, dass die Regierung Punkt 1 natürlich die Unternehmen nicht kaputt machen will. Punkt 2, die Unternehmen selber auch nicht blöd sind, die wissen auch, wo ihre Grenzen sind. Und Punkt 3, selbst wenn Strafen kommen, dann waren sie relativ empfindlich, weil selbst wenn sie jetzt größer werden sollten, dann werden die auch noch machbar sein für diese Unternehmen, die werden daran nicht pleite gehen. Dann war unser drittes Argument, dass die chinesischen Unternehmen natürlich auch nicht mehr so günstig sind, wie sie vor einiger Zeit waren, vor allen Dingen in Sicht des Chance-Risiko-Verhältnisses. Wenn man jetzt natürlich sagt, ich habe Angst, dass die Chinesen das ganze Unternehmen regulieren, ich sage, ich habe auch noch Angst, dass die US-Amerikaner jetzt einfach hinkommen und sagen, das gibt es jetzt bei uns nicht mehr in der Börse, dann ist das vom Verhältnis her, das Chance-Risiko-Verhältnis einfach schlecht, weil die Unternehmen relativ hoch bewertet sind. Beziehungsweise jetzt kommt der Punkt da dran, der Knackpunkt da dran, waren, viele von denen sind jetzt extrem weit gefallen. Viele Unternehmen, ich meine, gucken wir eine Xiaomi an, gucken wir eine BYD an, gucken wir eine Maid Van Dienping an, eine Alibaba, eine Tencent, die sind von ihren All-Time-Heiß eine Strecke weg, die sind nicht mehr so viel wert, wie sie wert waren. Zudem, dass, wie gesagt, diese Argumente für mich jetzt auch nicht so ganz zählen, muss ich einfach dazu sagen, deswegen ist das so eine relative Sache. Nichtsdestotrotz bleibt für mich, dass das Verhältnis, dieses Chance-Risiko-Verhältnis jetzt aktuell noch ein bisschen anders eingeschätzt wird. Ich habe immer noch so das Gefühl, dass dieses Chance-Risiko-Verhältnis so ein bisschen so gesetzt wird, als wenn diese Unternehmen noch immer an ihrem All-Time-High wären und da sind sie schon lange nicht mehr. Für mich persönlich, wenn man es jetzt mal rein im Verhältnis sieht, wenn du jetzt mal eine chinesische Aktie siehst oder viele chinesische Aktien und dann auch mal in den Nasdaq reinguckst, dann sind diese chinesischen Aktien nicht so exorbitant teuer. Die sind natürlich teuer, aber nicht so teuer, wie es zum Beispiel in Amerika ist. Ich glaube, da braucht man noch nicht groß drüber diskutieren. Die Unternehmen sind halt sehr, sehr stark gefallen und damit wieder günstiger. Deswegen ist das ganze Argument jetzt nach einiger Zeit, ich glaube, das Argument hatten wir vor ungefähr anderthalb Monaten gebracht, ist jetzt natürlich nicht mehr so ganz angebracht, um das mal so zu sagen. Deswegen lasse ich das jetzt nochmal so ein bisschen außen vor, aber insgesamt muss man natürlich sagen, wenn man jetzt sagt, Punkt 1, okay, es gibt Gegenargumente sowohl für die Politik in China als auch für die Politik der Amerikaner, dann ist das Ganze so ein bisschen im relativen Bereich. Das heißt also, ja, sie sind nicht günstig, nein, sie sind aber auch nicht viel zu teuer. Das muss man einfach ein bisschen im Verhältnis sehen. Wenn man das Ganze im Verhältnis sieht, dann finde ich zumindest persönlich, ist das Chance-Risiko-Verhältnis in China jetzt auch nicht so katastrophal schlecht. Das ist jetzt nicht so, als würde ich jetzt sagen, ja, da gehe ich lieber in eine GameStop rein, als in eine chinesische Aktie so, also damit würde ich es auf gar keinen Fall, also das ist jetzt natürlich auch schon irgendwie schon ein schlechtes Beispiel zugegebenermaßen, damit kann man es zumindest meiner Meinung nach überhaupt nicht mehr vergleichen. Kommen wir zum letzten Argument und zwar Chinas Geldhahn. Ja, Chinas Taschen sind nicht so weit offen, wie wir es zum Beispiel in Europa oder auch in Amerika haben. Das können wir sehr, sehr gut daran sehen, wie viel Geld wird in Amerika an dem Markt gepunkt, wie viel in Europa, auch von den Zentralbanken EZB und FED und wie viel ist in China der Fall. Und in China ist nicht ansatzweise so viel Geld in den Markt gepumpt worden. Das hatte jetzt natürlich für eine längere Zeit Nachteile. Die Frage ist, wie sich das jetzt in Zukunft auswirkt. Wenn wir uns das jetzt einfach angucken, auch wie die Inflationsdaten sind, die sind im Übrigen in Amerika rausgekommen, sieht jetzt nicht ganz so rosig aus, um das mal ehrlich zu sagen. Und deswegen sehen wir auch im Übrigen heute den Markt relativ unter Druck. Wenn wir uns jetzt aber in China das Ganze angucken, da wird das in diesem Umfang aber nicht passieren. Und genau davor hatten die Chinesen Angst. Es ging ja einfach darum, dass die chinesische Regierung Angst davor hat, dass wir eine riesige Inflation in China bekommen. Und genau um das quasi zu verhindern, deswegen hat man den Markt nicht zu voll mit Geld gepumpt. Wird sicherlich auch noch andere Gründe haben, aber im Prinzip geht es darum. Wenn wir jetzt, wie gesagt, nochmal nach Amerika gucken, da sind die Inflationsdaten da. Die liefen jetzt so, naja, wie sagen wir, nicht so schön für Investoren. Da ist jetzt aber auch die Frage, muss ich auch nochmal gleich relativieren, das jetzt nicht so dramatisch hinstellen, wie es ist. Man wird abwarten müssen, wie das auch über die nächste Zeit sind. Ja, das kann auch eine kurzfristige Reaktion sein. Wenn es eine kurzfristige Reaktion ist, wird das Ganze nicht der Welt untergangen. Wenn es jetzt eine längerfristige Reaktion ist, dann könnte das durchaus auch schlecht für die Aktienmärkte sein. Ich kann mir jetzt aber auch vorstellen, wir haben jetzt in China diese Korrektur gesehen. Das ist das, was wir jetzt gerade an der amerikanischen Börse sehen. Ich kann mir relativ gut vorstellen, ehrlich gesagt, dass die chinesischen Börsen etwas voraus sind, den amerikanischen und auch unseren Börsen, was das angeht. Ich kann mir gut vorstellen, dass die sich jetzt wieder relativ fix erholen, beziehungsweise die haben jetzt ja auch schon lange gestreikt oder waren jetzt längere Zeit in der Konsolidierungsphase, in der kleinen Korrektur, während die US-Märkte und auch die europäischen Märkte im Prinzip einfach nur eine Richtung kannten, und zwar Norden. Und wenn wir uns das Ganze jetzt angucken, kann ich mir zumindest vorstellen, dass die amerikanischen, europäischen Märkte, also hier gehen wir jetzt nochmal auf den Nasdaq, dass der Nasdaq jetzt ein bisschen nachzieht zum Beispiel in Richtung Süden. Das heißt also jetzt eine kleinere Korrektur kommt, während der chinesische Markt dem Ganzen schon voraus ist und der nicht so eine Korrektur bekommt, wie es jetzt gerade beim Nasdaq der Fall ist. Und das Ganze könnte dann natürlich auch unter anderem jetzt an der Geldpolitik liegen. Ich möchte ja jetzt gar nicht so ins Detail der Inflation gehen. Letztendlich ist aber der Punkt, das wollte die chinesische Regierung mit aller Macht verhindern. Deswegen wurde halt nicht so viel Geld in den Markt gepumpt, ist auch schön und gut. Und deswegen stand das vierte Argument. Ich möchte jetzt aber auf das Argument an sich nochmal eingehen und das Ganze nochmal ganz kurz ein bisschen entkräften. Das Ganze wird nicht ewig funktionieren. Das wird auch die amerikanische Regierung nicht ewig machen. Das heißt, auch in Amerika, auch in Europa wird irgendwann der Punkt kommen, wo die EZB und auch die FED sagt, wir werden jetzt nicht mehr so viel Geld reinstecken. Und genau das ist ja jetzt im Prinzip schon in China passiert. Jetzt ist die Frage, was wird dann in Amerika passieren? Und da kann ich mir vorstellen, dass wir dann auch so ein bisschen in diese Phase kommen, dass es dann ähnlich wie in China aussieht, dass wir dann in eine Korrektur kommen, dass das Ganze dann vielleicht erstmal in einer Seitwärtsphase endet oder wie auch immer. Letztendlich ist man in China dem voraus. Und da hat man den Vorteil im Prinzip ja auch, dass man das Ganze ja schon durchgemacht hat. Das also einmal dazu. Deswegen denke ich, auch dieses Argument kann mittlerweile so ein bisschen entkräftet werden. Es wird nun mal einfach nicht ewig alles Geld, was gedruckt wird, in den Markt fließen. Kommen wir jetzt aber mal dazu, wann das Ganze hochgehen könnte. Ihr seht jetzt hier gerade über mir eingeblendet einmal den CSI 300. Das ist quasi sowas ähnliches wie der S&P 500. Also in Amerika ist es der S&P 500, in China ist es der CSI 300. Ihr könnt jetzt sehen, wir haben hier einen Widerstand bei ungefähr 5.076 Punkten und wir haben auch einen Widerstand bei 5.169 Punkten. Für mich persönlich wird es zumindest eine sehr, sehr spannende Phase, wenn wir über die 5.169 Punkte kommen. Denn ab dann sehe ich einen ziemlich bullischen Trend und ab dann kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass wir diese Korrektur wettmachen und dann in einen ziemlich starken Aufwärtstrend kommen. Wir sehen das schon, wir haben hier einen Aufwärtstrend. Wir waren einmal während des Tages kurz unter. Tagesschlusskurs haben wir diese Linie nicht unterschritten. Also diesen Aufwärtstrend, das wird dann auf jeden Fall sehr interessant. Das wäre für mich ein extremes Kaufsignal, was den chinesischen Markt angeht. Wenn wir uns jetzt den Hang Seng dagegen angucken, das ist jetzt der, den ihr jetzt hier seht, da sehen wir, wir sind gerade unter einem Widerstand bei knapp 28.300 Punkten. Hier ist das im Prinzip so ähnlich. Hier wäre es für mich sehr, sehr wichtig, dass wir über die 29.144 Punkte kommen. Tagesschlusskurs, ihr seht das, wir hatten da ein paar Ausbrüche, ein paar Fehlausbrüche, die sind dann halt dementsprechend fehlgeschlagen. Deswegen heißt es ja auch Fehlausbruch. Und wenn wir darüber kommen, dann kann ich mir vorstellen, dass wir dann auch wieder die alten Hochs in Angriff nehmen. Zumindest erstmal in Richtung 30.211, eventuell dann halt in Richtung 31.200 Punkte. Wenn wir uns das Ganze jetzt also einmal angucken, dann ist das zumindest meiner Meinung nach dort dann der Fall, dass wir dann wirklich diesen bullischen Aufwärtstrend wieder bekommen. Das heißt also, eine richtige Trendumkehr wäre dann für mich zu erkennen, dass wir aus dieser Konsolidierungs- oder aus dieser Korrekturphase rauskommen, wenn wir nachhaltig hier, wie gesagt, über die 29.144 Punkte kommen und dann dementsprechend beim CSI über diese 5.169 Punkte. Als letzter Punkt jetzt auf meiner Liste ist es so, dass ich damit sagen möchte, für mich ist es nur noch eine Frage der Zeit. Ich denke, früher oder später auf jeden Fall werden wir genau eins sehen, und zwar, dass der chinesische Index wieder nach oben geht, in Richtung Norden, dass die Korrektur quasi wieder zu Ende ist und wir ein bisschen wieder in Richtung Norden laufen, also in den Aufwärtstrend kommen. Ich denke, das Ganze wird früher oder später passieren. Ich persönlich glaube, dass das nicht mehr allzu lange dauert. Wenn wir jetzt natürlich ein fatal schlechtes Marktumfeld haben, wenn jetzt in Amerika natürlich eine richtig starke Korrektur kommt, dann wird das höchstwahrscheinlich, nicht hundertprozentig, aber höchstwahrscheinlich auch in China Auswirkungen nehmen. Und genau deswegen denke ich, da muss dieses ganze Marktumfeld, dieses globale Marktumfeld, um das mal sozusagen ein bisschen mitspielen. Nichtsdestotrotz denke ich, dass wir in China in nächster Zeit einen ziemlich starken Aufwärtstrend wiederbekommen könnten, beziehungsweise eine Trendumkehr. Das heißt also, aus diesem Abwärtstrend, den wir jetzt gerade haben, ein bisschen wieder in diesen Aufwärtstrend zurückkommen und dann eventuell auch wieder diese Korrektur wettmachen, vielleicht wieder in Richtung Altes hoch oder eventuell mit Glück sogar in Richtung All-Time-High gehen. Das heißt also, dass wir dann wieder richtig steigen. Das wäre zumindest meine Vermutung. Anhand der Charts der einzelnen Aktien werde ich euch das Ganze dann im zweiten Teil erklären. Der wird dann im Übrigen auch ein bisschen kürzer. Um das Ganze jetzt nochmal im Fazit ein bisschen zusammenzufassen. Im Prinzip ist es so, dass wir diese vier Hauptargumente haben, die wir aber mittlerweile alle inkräften können. Es gab schon Argumente, die davor ein bisschen schwammig, zumindest meiner Meinung nach, waren. Wir haben sie genannt, weil wir denken, dass genau deswegen der chinesische Markt unter Druck war. Man hat es auch in mehreren Zeitschriften und vielen Leuten gehört, dass es wahrscheinlich so ist. Letztendlich ist es immer schwer zu sagen, genau deswegen ist der Markt gerade unter Druck. Es gibt manchmal Dinge, manchmal gibt es halt mehrere Dinge. Das waren zumindest unserer Meinung nach die vier Hauptfaktoren. Jetzt haben wir aber gesehen, die kann man mittlerweile entkräften. Und genau deswegen ist es meiner Meinung nach so, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis dieser Ausbruch kommt. Ich persönlich habe vor, dann wieder extrem in chinesische Aktien einzusteigen. Ich habe das Ganze ein bisschen über die letzte Zeit in der Korrektur dezimiert. Ich habe jetzt schon mal wieder angefangen, chinesische Positionen aufzubauen. Und ich denke, das Ganze wird sich dann auch noch weiterführen. Das heißt also, in meiner Meinung nach ist es so, dass wir in nächster Zeit zumindest wieder einen starken oder zumindest einen mittelstarken Aufwärtstrend in den chinesischen Bereich sehen werden. Und dass wir eventuell dann diese Trendumkehr bekommen, dass wir von diesem starken Abwärtstrend in diesen starken Aufwärtstrend gehen und dementsprechend dann halt All-Time-Highs erreichen, beziehungsweise zumindest mal die alten Hochs testen. Das war es von meiner Seite zum ersten Teil. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, könnt ihr auch gerne abonnieren und liken, da freuen wir uns immer drüber. Könnt ihr auch eure eigene Meinung mal in den Kommentaren schreiben, wenn ihr meint, dass das irgendwo komplett fatal falsch ist oder wenn ihr uns zustimmt, beziehungsweise mir in dem Fall. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.